Eeeh! Wow! Jetzt werde ich in mein eigenes Portal reingerannt. Habe ich hier. Genau, was haben wir denn hier? Failed! Uh! Der sieht aber ganz komisch aus, unten rechts. Hier ist einer zu Ende gegangen. Okay. 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 So. So. Ausgang ist da wohl, ne? Hui! Ich? Ich laufe weg! Nö. Woppa! Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas besonderes? Ne, hier ist nur so. Unendliches Ding gucken. Habe ich mich also umsonst hier interpretiert, oder? Naja. Hopp! Okay. Aber man muss ja ein bisschen herumgucken, ne? Vielleicht fähren wir irgendwann mal den Kuchen. Guck mal, hat jemand was. The cake is alive, the cake is alive. Oh, der Kuchen ist eine Lüge, der Kuchen ist eine Lüge. Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Wer hätte das gedacht? Können wir uns hier denn so nen Cube da rausnehmen? Okay. Wie? Oh? Wie? Wo kommen wir denn hin? Wie? Okay, ab in den Aufzug. Hui. Okay, the test is over now. You win. Go back to the recovery annex for your cake. It was a fun test and we're all impressed at how much you won. The test is over. Come back. Will, komm zurück. The test is vorbei. Oh? So'n Ding mitnehmen? Nö. Kann ich gar nicht. Ah, okay, stimmt. Ich kann ja jetzt cheaten hier. Wuch, der Aufzug ist ja gar nicht da. Okay, hier kann ich ein Portal schon mal hinschießen. Oh, und da kann ich ein Portal hinschießen. So. Oh. Da ist was. Da ist aber auch was geschrieben. Okay, was ist hier? Vorsicht, Gehörschutz tragen. Hm. Weißt du, ich muss hier irgendwie oben drauf auf das Ding hier. Geht am besten hier rüber, ne? Muss ich mal so glatt behaupten. Oder kann ich mich dann irgendwo hinschießen? Aha. Gut, dass immer noch die Counter-Strike-Sprünge gehen. Dieses, äh, Steuerungsspringen. Dieses geduckte Springen, um weiterzukommen. Bleh. Okay, und jetzt? Aha. Okay. Da ist der Ausgang. Okay. Hüah. Rechtsklick. Ähm. Yeah. Okay, gut. Da hab ich das geschossen. Alles. So. Hopp. Woh. So. Okay. Weiter geht's. Pff. Hopp. Hopp. Ah. So. Kann dir da wo ich irgendwie nicht? Okay. Okay. Der geht hier schon mal sehr hoch. Ich trage jetzt nur, wo ich hin muss. Ich glaub da. Wah. So. So. Ich glaub, ich muss hier reinspringen. Ja, genau. Hoppa. Okay. Ja, super. Die Leite ist abgefallen. Ja, so klar. Hopp. So. Damit hätten wir das hier schon mal. Gut. Ähm. Hier durch. Warte mal. Hilfe. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier gestorben? Äh, wer war hier überhaupt? Okay, und jetzt? Was ist, wenn ich hier bin? Kann ich irgendwas Spezielles sehen? Ah, da oben. Komm ich denn da hin? Hm. Kann ich irgendwas Besonderes hier sehen? Ja, 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 der Kuchen ist eine Lüge. Ich weiß schon. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, muss nach da oben. Wie komme ich nur nach da oben? Wie soll ich da hinkommen? Hopp. Genau, hopp. Und jetzt? Alles abgehauen, habe ich wieder. Ausgang ist schief rechts hier oben angeblich. Wo denn hier? Ist abgeschlossen. Ja. Kann ich auf die Portale schießen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Jetzt hätte ich gesagt, okay gut, schieße ich auf einen von den Portalen hier. Vielleicht klappt das ja. Da wird man zerquetscht und hier? Und dann auch anscheinend zerquetscht. Aha. Ah! Geh, ich hab's. Gut. Mein Gott, habe ich hier Glück gehabt. Vorsicht, Pfeil runter. Nein, doch nicht. Haben wir hier hinterher noch was? Nee. Aufgepasst. Super. Okay. Huuu! Nein! Nein, 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 nein. Ich muss das Timing abwarten. Das klappt sonst nicht. Das klappt sonst überhaupt nicht. Das ist... So, wie war das nochmal? Hier wechseln. Und dann da. Der ist jetzt zu. Geht jetzt auf. Der geht zu. Heißt... Der, jetzt müsste es doch gehen, oder? Nö! Genau, so. Ich muss ihn nach da hin, okay. Nicht runterfallen. So, genau. Jetzt sehe ich da was. Und hier unten sehe ich was. Oh, wow. Wow, das war gerade sehr weird. Okay, ich habe keine Lust auf so schnelle Sachen. Ich gehe einfach mal so durch, ne? So. Over here. Okay. Da oben muss ich also hin. Nein, nein! Äh. Ihr habt das schon gemerkt. Das ist nicht richtig, wo ich gerade stand. Okay, over here. Das heißt, ich muss mich... ...irgendwo an den höchsten Punkt irgendwo hinstellen, damit ich da hoch kann. Heißt, ich will da hoch, klar. Aber ich möchte da sehen, wo ich dann hinfalle. So. Genau. Ähm. Was ist denn eigentlich durch? Ich sehe noch nichts. Da würde ich vielleicht hier irgendwie so ein Portal schießen. Dann hier ein Portal schießen. Wenn man sich runtergucken kann und dann hier hochgehen kann. Äh. Ja. Hoppala. Oh. Wow. Wow. Okay. Jetzt muss ich einfach nur noch irgendwie durch. Puff. Da ist der Ausgang. Okay, aber ich möchte ein bisschen mehr erkunden. Okay, hier gibt es nicht zu erkunden. Hier ist der Ausgang. Aha, und wie? Wie soll ich hier durchkommen? Muss ich mich irgendwie hier dazwischen quetschen oder was? Oh. Okay. Juppie. Hopp. Oh, Vorsicht. Ähm. Okay, hiermit habe ich schon mal etwas gemacht. Äh, jetzt muss ich irgendwie nur noch ein anderes Portal irgendwo hinschießen. Ob ich hier wohl hinspringen kann. Hüppah. Hier hochgeschafft. So, und hier ist der Ausgang. Okay, und was ist hier? Nichts. Okay, dann... Dann geht's auch schon weiter. Wo sind wir denn hier? Ähm. Ich schaue den ganzen hier nicht. Oh, oh. Oh. Oh, 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 Hilfe. Ich habe den perfekt geschossen, dass der genau auf mich gucken kann. Ich hätte mir das lieber so machen sollen, dass er dahinter steht. Ja, hier. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, oh! 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 Hier hin? No. Okay. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Okay, ich bin jetzt anscheinend wieder... in so einer... Fabrik, wo die zusammengestellt werden. Oh, no! Okay. Ah, okay. Hier wird das so hingestellt und wir müssen hier hoch. So, wir müssen mal was zum reinschießen. Und was ist jetzt los? Oder was ist hier die Sache jetzt? muss ich mich hoch schießen schöne radio muss hier hoch wenn ich mich so schieße bin ich doch eben nur wieder da so da irgendwo muss ich hin okay hier und hier rüberspringen so aber mann so wir müssen hier entlang richtig nicht zu stark ober hier ok da weitert man kann ich mich dahin schießen aber ich sehe schon wie ich dahin muss ober hier das ist nicht bestimmt nicht umsonst so gebogen hello can I help you oh kann ich dir helfen taste the cake is alive wie viele stunden vorsicht irgendwie so ein elektroball oder sowas aha ok und jetzt over hier wie over hier also ich muss hier hoch ok mit ein paar Flickflacks haben wir dazu geschafft das ist deine Schuld es musste nicht so sein aha aber den hier ah ok welche Sachen kommen dieser fehlt ich werde dich töten und alles die cake ist weg du bist gar nicht interessiert oder du ich möchte keinen Kuchen mehr das ist deine Chance hier hier schieß ok gut gemacht danke ich hau ab wow gut dass sie das bisher noch nicht eingebracht haben in irgendeinem Portal Teil hier aha ich sehe schon was ich machen muss ich muss den jetzt mit einer Rakete hinlocken hier durch aha ist blau ne blau hallo genau haha nein komm wieder her juh so ich wusste doch irgendwie sowas kommt da noch deshalb habe ich mal das Portal nicht weggeklickt ach wird die Gills will ich aber nicht durch AuffP AuffP ich bin durch ah solche auch gar nicht durch oder was doch so gehen Ah ich muss aber glaube ich den Cube dann mitnehmen das muss ich den mitnehmen und den zuerst mal fallen lassen dann und also durch also irgendwie was kaputt machen QB ja fast und jetzt nur noch runter drücken oh schade oh meine Schuld äh es geht da durch da ist doch schon so gut wie und jetzt hier rein hier falsch oder was oder soll der Typ das hier ne kann ich gar nicht ich kann doch hier gar kein Portal machen jetzt ist die Frage ist das hier richtig dass wir das so gemacht haben wo hätte ich denn sonst hin tun sollen ich glaube da oben soll ich nicht mehr ne ne so soll man das machen mein gott ne ich bin schon die ganze Zeit an Verzweifeln hier ich nehme aber trotzdem mal den Cube da mit wer weiß wer weiß nicht dass wir uns dann noch ein unlösbares Puzzle damit machen jetzt auch nicht geht und ich sei Prozent 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 okay war So, den will schön aufpassen auf den. So, komm da durch. So, gesichert. Hier, wo? Ach da. Komm mit. Du bist zwar nicht der Companion-Cube, aber immerhin bist du ein-Cube. Genau, kann ich... Ne, ich kann nicht springen. Anscheinend erlaubt mir hier dieses komische Wasser nicht, dass ich springen kann. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. So, Nummer 1. So, da hinten ist auch was drauf, oder? Ist da wer, genau. So, Nummer 2. So, der nächste, Nummer 3. Hoopa. Dann haben wir da noch einen. So. Da haben wir einen. Da haben wir noch einen. So. Gut. Und wo haben wir da noch einen? Da hinten. So. Und da hinten haben wir noch einen. Hey, du da. Ja, okay. Hier. Ab in die... ...Säure mit dir. So. Und da oben haben wir noch einen. Wo ist da, du Daddy? Wann mal. Hier? Ähm. Ja, genau. Da. Und dann springen wir so. Ui. Ui. Und dann nochmal höher, glaube ich. Genau. So, irgendwie war das. Äh. Das ist auf jeden Fall sehr tricky jetzt hier. Dieses springen hier. So. Wir müssen hier. Wir müssen da. Okay, wir müssen Rechtsklick dann machen. Immer aufpassen. So. Ui. Rechtsklick. Okay, gut. Wir müssen wieder Anlauf nehmen. So, durch. Gut. Da da ist. Linksklick. Und der Rechtsklick ganz nahe hier am Rand. Das heißt, wenn wir hier durchfallen. Und nochmal durchfallen. Nochmal. Genau. Das war schon wieder ein Fehler. Aber wir haben da oben einen. Und dann so machen würden. Und dann so machen würden. Wenn wir genug beschleunigt. Boah, perfekt. Das geht auch. So. Oh, oh. Wir müssen uns beeilen. Hilfe, 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 Hilfe. So, und jetzt? Ach so. Oh, shit. Ich hab alles vermasselt. Müssen wir nochmal nach oben. Wo war das jetzt? Ohne da oben. Da. So. Linksklick. Rechtsklick. So. Gut. Weil wir müssen da rauskatapultiert werden. Das heißt, wir müssen aber auch hier runterspringen. Geronimo. Okay. Mist. Der Teil ist wieder verkackt. Ach. Rechtsklick war das. Genau, Rechtsklick. So. Und durch. So. Und. Ach. Geschafft. So. Gut. Das haben wir dann hier auch schon mal wieder. Schön gemeistert. Ach so, da unten sind wir. Äh, waren wir. Und dann sind wir hier oben. Kleinen Bossfighter mehr überstanden. Gut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Dollar and Cents competing with Black Mesa for D&D Government World Wide Government Wide Exquisition Contract. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Haben wir den hier. Oh. Das sieht aber sehr komisch aus. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Nee. Heißt, wir müssen hier durch. In diesen Komplex hier. Oh. Was ist das denn? Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior the only thing you managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4, time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind. It's a mystery also later. Do you think I'm trying to trick you with reverse psychology? I mean, seriously now. Oh. Wait, let's put it. Wow. Was this kaput gegangen? You're kidding me. Did you just start that Aperture science thing? We don't know what it does. Into an Aperture science Emergency intelligence Incinerator? That has got to be the dumbest thing that Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Uh oh. Okay, wir haben jetzt für den Bossfight 6 Minuten Zeit So, das was wir jetzt machen müssen ist, dass dieses kleine Raketchen GLaDOS anschießen So Höher So Wee Kapaui, genau Der Nächste Wo bist du? So Man sieht schon, dieses Gas kommt hier so langsam So Ziel drauf Komm Perfekt Wo ist das? Wo geht das hin? Nach da oben Höh Shit 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 Okay Ich muss das jetzt schneller Hoppa So Oh Blauer Intelligenter Oh Blauer Intelligenter So 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 Bitte 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 So der Letzte Wo geht der denn hin? Ah stimmt Der bleibt einfach so in der Luft Weiß Das weiß ich noch Hö Shit So Muss ich das jetzt berühren? Anschubsen? Ich weiß es nicht So Da Ich glaube das ist der Wutkern oder sowas Ich glaube das ist aber auch der Letzte Wenn ich mich nicht irre Haben wir ganz schnell bisher geschafft So Weg mit dir Gleros hör auf zu labern Du bist tot Yay Wir haben es geschafft Wir können entkommen Ah ja gut Das Spiel war jetzt ganz schnell Gleros Wenn man das jetzt so guckt Diese Kabel Sieht aus wie eine umgedrehte Aufgehängte Frau Hier oben die Kabel Die da oben an dem Befestigt sind Sind so Ja wie soll man sagen So die Beine Die gehen dann so runter Und dann biegt sie sich Und dann sieht man dann so Da ist zum Beispiel der eine Arm Da ist der andere Arm Und sowas alles Für die die das so interessieren Oh oh Die Schwerkraft Ah Hilfe Nein Oh Wir sind draußen Aperture Pötchig sein Oh Wir werden von irgendwas weggezogen Und irgendwo wieder hingebracht Ich glaube wir sind wieder zurück In Apache Science Da der Kuchen Yay Er war nie eine Lüge Komm Gehen wir zum Kuchen Und essen ihn Aber dann links Oh Jetzt gehen alle bösen roten Augen an So Das Lied Kennt jeder Deshalb werde ich das auch jetzt beenden So Ein kleines Muss ich sagen Let's Play Zu Portal 1 Portal 2 wird Danach direkt folgen Und Ich würde mal sagen Dankeschön Und Ja Ich hoffe es hat euch gefallen Und sage bis demnächst Ciao Ciao